Sehen sich junge Lesben und Schwule als Teil der Emanzipationsgeschichte der Lesben, Schwulen und Transgender? Und wenn ja, wohin soll sich diese Geschichte künftig hin entwickeln? Diese Fragen stellten wir Sabrina Rotter, 24, Politikwissenschaftsstudentin an der Universität Wien und Mark Damm, 21, Grafikdesignstudent an der Universität für Angewandte Kunst. Siehst du dich als Teil der Emanzipationsgeschichte der Lesbisch-Schwulen-Community? Teilweise sehe ich mich schon als Teil dieser Emanzipationsgeschichte, weil ich glaube, das Leben heute so nicht möglich wäre, wenn es diese Geschichte nicht geben würde. Ich bin nicht dort als Protest, aber ich bin dort, weil ich keine Angst habe, weil ich gern auftreten will als das, was ich bin. Und da sehe ich mich in der Emanzipationsgeschichte. Also ich würde sagen, nein, eigentlich. Also dazu bin ich eigentlich, ich könnte vielleicht sagen zu individuell, aber ich bin nicht das, wofür mich die Emanzipationsgeschichte steht. Wenn in unserem Fall von einer Emanzipationsgeschichte gesprochen wird, meinen wir damit die Emanzipation von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgendern. Wie stehst du dazu? Schrecklich kleinkariert finde ich das, denn ich glaube, Menschen definieren sich nicht prinzipiell, oder man sollte Menschen nicht prinzipiell per Geschlecht definieren, sondern ich finde, man sollte andere Dinge finden, die sie ausmachen, egal, welche sexuelle Einstellung sie haben. Was zum Beispiel? Gute Frage. Also ich für mich finde mich ja definitionslos, weil das tun ja eh andere, mich schubladisieren und Definitionen für mich erfinden. Wenn man mutig ist, kann man ja dann rausfinden, ob es wahr ist oder nicht, was man sich denkt. Wo würdest du die Emanzipationsgeschichte gerne hin entwickeln? Ich würde die Emanzipationsgeschichte gerne dorthin entwickeln, dass es vollkommen egal ist, wie ich mich selbst definiere, ob als Bisexuell oder Homosexuell oder Heterosexuell, dass es einfach der Mensch zählt und weder das Geschlecht noch die Orientierung. Ich würde gerne die Situation irgendwie herbeischaffen oder gerne dann bei Mitgestalten, dass man sich einfach nur verstecken muss eigentlich. Also ich gehöre eigentlich nur zu diesen Jugendlichen, die sich vom Internet entjungfern haben lassen. Und das ist eigentlich, also das soll es nicht sein. Ich meine, dieses Versteckspiel, das sollte meiner Meinung nach aufhören. Und es nervt mich und es betrifft mich eigentlich auch persönlich. Und ja, in der Hinsicht eben, also mehr outgoing, mehr offen sein, das ist ja eigentlich das, was ich mir wünschen würde. Hattest du dein Coming-out übers Internet? Ich habe mich nie geoutet. Also ich finde, Outing ist ja heutzutage nur so ein Druck irgendwie, dem, was ein Jugendlicher ausgesetzt wird. Ich weiß nicht, ob das so notwendig ist. Ich will einfach, dass es wirklich zu einer Normalität wird, oder zu einer Normativität einfach. Ich finde, das Outing an sich ist eigentlich heutzutage, das ist wirklich ein Zwang. Es ist ein unnötiger Stress, was sich eigentlich ein Jugendlicher oder zumeist ein Ältere aussetzen müssen. Ich meine, ich habe mich irgendwie, nicht jahrelang bewegt, aber ich meine, ich habe so eine Zeit gehabt, wo ich sehr oft mit so einer Doppelmoral eben konfrontiert werde. Also du wirst im Internet angeschrieben von 50-Jährigen, 60-Jährigen, die was ihre Frau bescheißen. Und ich meine, das finde ich, das kann es nicht sein. Es kann nicht mehr mehr dieses Versteckspiel geben. Nicht mehr mehr heute. Was müsste denn geschehen? Ich könnte es einfach mit Reden antworten, aber ich glaube, dabei wird es eigentlich bisweilen abbleiben. Einfach darüber reden, weiter darüber reden, Fragen stellen. Ich finde es schon mal wichtig, dass es im Sexualunterricht anklingt, diese ganze Sache. Ich finde das einfach eine Unverschämtheit, dass es verschwiegen wird. Ich habe mir das selbst, es kann nicht so von mir reden, ich habe mir das alles selbst erdichten müssen. Und habe jahrelang mit irgendwelchen Spekulationen gelebt. Bei mir ist es relativ früh für mich herausgestellt, dass ich jetzt homosexuell bin. Aber das kann es nicht sein, dass es so verschwiegen wird. Und das finde ich eigentlich eine Gemeinheit an sich. Braucht es denn die Regenbogenparade noch? Also dazu möchte ich nur kurz sagen, dass es sehr wohl wichtig ist, momentan zum Beispiel noch ein Zeichen zu setzen, dass es das gibt. Aber halt die Utopie von mir wäre, dass man das eben nicht mehr machen muss, weil es so normal ist. Weil die Menschen das nicht mehr wichtig finden, ob jemand schwul ist oder lesbisch ist. Also eben die Gleichstellung von jedem Menschen in seiner Partnerschaft, wie immer er das wünscht. Egal, in welche Richtung er kommt oder welches Geschlecht er hat. Gott sei Dank. Und die Abdullah dazu vor Gott ist, wird vom US-Euro-Kong-Kong. Vielen Dank.